Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW17 vom 22. April bis am 28. April 2019. Im Hintergrund seht ihr eine Fotokollage von mir. Der Start in die neue Woche startet freundlich. Nur ein paar harmlose Quellwolken können bei 17 bis 23 Grad beobachtet werden. Im Ruhrgebiet sind normal bis zu 25 Grad möglich. In der Lausitz bleibt es 15 Grad kühl. Der Dienstag stattet ebenfalls freundlich gegen Mittag. Zehen übers Erzgebirge nördlich ein paar Regenschauer. Ein paar vereinzelte Gewitter sind dabei nicht auszuschließen. Im Südwesten ziehen ebenfalls vereinzelte Gewitter ins Land hinein. 16 bis 22 Grad können erreicht werden. Am Oberrhein sind bis zu 24 Grad möglich. Hingegen im Erzgebirge bzw. auch im Harz können nur 11 Grad erreicht werden. Der Mittwoch ist bei 19 bis 24 Grad von vereinzelten Schauern und teils auch gewidrigen Schauern übersät. Größtenteils bleibt es aber trocken. Am Nachmittag zieht eine Front aus Frankreich und die Belux starten zu uns hinein. Neben Regen und vereinzelten Hagel und Gewittern können örtlich kleine Bäche über die Ufer treten, da durch die trockenen Böden das Wasser nicht so schnell in den Boden gerinnen kann. Im Saarland werden nur 15 Grad erreicht. Am benachbarten Oberrhein bis zu 27 Grad. Der Trend. Am Donnerstag ist es freundlich. Vereinziehen gewidrige Schauer durchs Land. Am Abend und in der Nacht ziehen ein neues Regenband von Westen her hinein. 14 bis 27 Grad können erreicht werden. Am Freitag ist es bedeckt. Es regnet örtlich ist es auch mit einem Gewitter versehen. Erst in der Nacht zieht es allmählich vom Westen her wieder auf. 6 bis 21 Grad können erreicht werden. Am Samstag stehen etliche Schauer auf dem Programm. Am Abend zieht ein weiteres Regenband aus Nordwesten herein. 9 bis 18 Grad. Der Sonntag stattet im Norden noch freundlich, sonst ist es eher regnerisch mit örtlichen Gewittern. Am Nachmittag ziehen auch gegen Norden die Schauer und Regengebiete. Örtlich kann es sogar zu stark Regen kommen. 10 bis 20 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Montag zieht es im Süden her wieder auf. Es ist trotzdem noch eine starke Bewirkung vorhanden. Ob die Trockenheit ein Ende hat, das werden wir erst am kommenden Sonntag wissen. Regen brauchen unsere Böden aber dringend. Ich wünsche euch noch einen schönen Stört in die neue Woche und sage Tschüss und beibei. Euer ist der Trick. Prüfung,avi. Probe auch. Busung.